Wann haben Sie, Yusra, das erste Mal diesen Satz mitgekriegt, diesen Merkel-Satz, wir schaffen das, haben Sie den überhaupt mitgekriegt? Ähm, nee. Also ich wusste, dass Deutschland übernimmt Flüchtlinge. Und ich glaube, ich habe es gemerkt, ich war auf dem Weg und ich war in Budapest. In Ungarn, ja? Ja. Und wir waren so eine ganze große Welle von Flüchtlingen. Wir waren 12.000 oder 13.000. Und, ähm, Sie waren da mittendrin, da in dieser Situation? Also wir waren sozusagen die letzten 13.000, die überhaupt von Ungarn. Danach, äh, der ganze Weg war zu. Okay. Und die haben dann über Kroatien, äh, probiert, so zu sagen, nach Deutschland zu kommen. Ähm, ja, wir haben, wir waren sozusagen stuck. Ja, wir saßen fest. Genau, wir konnten nicht raus. Wir waren so in einem Zirkel von Polizei, ähm, die haben uns geschlagen. Es gab gar keine andere Wahl. Wir haben gar keine, ähm, so Schmuggler gefunden. Wir haben, äh, die haben zu uns gesagt, okay, jetzt buch mal ein, ähm, Bahnticket. Es geht nach Deutschland. Wir haben Geld bezahlt. Nichts passiert. Und, ähm, wir hatten, wir waren so, ähm, wir hatten gar keine andere Wahl mehr. Genau. Und wir waren in dieser Zirkel. Und dann, ähm, ähm, ich glaube, äh, manche Leute, die haben versucht, ähm, zu laufen. Die wollten laufen. Zu Fuß. Genau. Zu, äh, Wien. Äh, Wien und dann, äh, Deutschland. Und, ähm, dann hat, äh, Angela Merkel gesagt, äh, ja, wir schicken jetzt Busse. Und es gab, ich weiß nicht, wie viele Busse, aber wir waren zwölf oder 13.000, die in diesem Tag, ähm, in Berlin, also, angekommen sind. Wahnsinn. Und das würde mich mal interessieren. Also, als jemand, der wirklich in dieser Situation war, es war immer klar, es muss Deutschland sein. Ich meine, Österreich ist auch ein sehr schönes Land. Äh, Italien ist ein schönes Land. Warum Deutschland? Ähm, weil ich hab, also, wir haben so viel gehört von Deutschland. Äh, Sicherheit. Äh, natürlich, wir haben auch gehört, was, äh, von Politik. Also, dass, die, ja, die nehmen ja jetzt Flüchtlinge. Und, ähm, ja, ich glaube, es gab nicht so viele Länder, die, so, die Tür gemacht, äh, aufgemacht hat. Ähm, das... Wie haben Sie das erfahren? Wie haben Sie das mitgekriegt? Ähm, also, wie haben Sie kommuniziert? Wer, 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 wer hat Ihnen auch in Syrien gesagt, pass auf, das Ziel muss Deutschland sein? Also, unsere Ziel, unsere Ziel, unsere Ziel war nicht 100% soll, äh, Deutschland zu sein. Wir wollten einfach Sicherheit. Und, äh, die ganze Welle, also, ganzen Weg, äh, Schmuggler und alles, war Deutschland, Schweden und, äh, Wien. Und, ähm, also, wir hatten, äh, ganz so Freunde zu sagen in Deutschland. Wir haben so oft, äh, gehört, okay, dieser Weg geht nach Deutschland, bla bla bla. Ähm, deswegen haben wir entschieden, okay, Deutschland. Und, ähm, das ist ein bisschen, ähm, lustig, aber es war für mich ein bisschen wegen Schwimmen, auch. Ähm, Sie waren, Sie waren Leistungsschwimmerin schon in Syrien. Ihr Vater ist Schwimmtrainer dort schon gewesen, arbeitet heute auch in Berlin als Schwimmtrainerin. Ja. Ihre Mama ist, äh, Physiotherapeutin. Das ist eine sehr sportliche Familie. Deswegen haben wir vorher auch diese schönen Bilder gesehen. Sie waren in diesem Team Refugees bei Olympia 2016 in Rio mit dabei. Äh, großer Moment mit Sicherheit. Da sehen wir noch mal ein Bild davon. Äh, das heißt, das hat ja auch alles was mit, mit Sport zu tun. Genau, ja. Inwiefern? Ähm, also, Schwimmen hat mein Leben gerettet auf dem Weg. Äh, wir waren in einem Boot, äh, auf dem Weg von Türkei zu Griechenland natürlich. Und die haben zu uns gesagt, okay, das dauert 45 Minuten, das ist nur 10 Kilometer mit dem, äh, Schlauchboot. Schlauchboot, Schlauchboot, ja. Ähm, und, äh, wir waren ja genau so, äh, wir waren 20 Leute und, ähm, nach 15 Minuten unser Boot funktioniert, äh, unser Motor funktioniert nicht mehr. Ähm, und dann, die wussten alle, dass wir Schwimmerinnen sind, ich und meine Schwester. Ähm, dann meine Schwester war im Wasser und ich auf der anderen Seite. Äh, wir haben so probiert, das ganze Boot zu stabilisieren, weil manchmal, manche Leute, die sagen, okay, sie hatte hier etwas und sie ist geschwommen, das stimmt nicht. Äh, wir haben probiert, also wir waren vier Leute im Wasser immer. Ähm, ich war auf dieser Seite, meine Schwester war da und zwei Jungs waren, äh, dahinter. Äh, wir haben probiert, die ganze Zeit dieses Boot zu stabilisieren. Es gab Wind, äh, wir wollten nicht zurücklassen. War das, war das nachts? Äh, das war zwischen, also, das war 7 Uhr abends und, äh, also 19 Uhr und, äh, es hat dreieinhalb Stunden gedauert, bis wir, äh, bis Sie drüben auf der anderen Seite waren. Ja, Wahnsinn. Und dann nochmal ganz, wo sind Sie angekommen? In Lesbos. In Lesbos. Also das, Lesbos, das auch gerade jetzt wieder, äh, in den Schlagzeilen ist. Ja. Und bevor wir gleich nochmal eine kurze Zusammenfassung auch sehen, auch sehr interessant, das nochmal auch zeitgeschichtlich nochmal zu sehen. War das so, wie es so oft beschrieben ist? Sie fragen Schlepper, helft uns da rüber zu kommen? Sie gehen in dieses Boot völlig überfüllt und wenig später geht der Motor einfach aus und das Boot droht zu sinken. War das bei Ihnen auch so? Ja. Also wir haben versucht, also wir hätten ein Handy, ein Handy an. Ähm, unsere Eltern, die hatten unsere GPS, die hatten so Kindertracker. Äh, die haben versucht, so Polizei in Griechenland, in Türkei, äh, anzurufen und, ähm, wir haben auch versucht, äh, versucht anzurufen. Wir haben angerufen bei äh, griechischer Polizei und, ähm, wir haben so auf Englisch gesprochen. Wir haben gesagt, bitte hilf uns, bla bla bla. Wir sind in Seenot, ja. Ja, und er hat, ähm, er hat auf Arabisch gesagt, ja, äh, gehen wir nach Türkei am besten. Wahnsinn. Und er wusste, dass wir schon tot sind, oder? In echten Schwierigkeiten sind, ja. Und, äh, ja, danach hatten wir so gar keine, äh, Hoffnung mehr. Ähm, aber wir haben versucht, wir haben alles, äh, rausgeschmissen. Äh, manche Leute, die haben so mit dem, Schuhe Wasser raus, äh, äh, genommen. Ähm, ich und meine Schwester, wir waren dreieinhalb Stunden im Wasser. Ähm, in Griechenland, wenn wir angekommen sind, ich hatte nur, ähm, Jeans und T-Shirt. Und ich hatte mein Handy in so eine Selfie, ja, Selfie-Bag für unser Wasser. Und 500 Euro. Das ist ja alles, was ich hatte. Wahnsinn. Wahnsinn. Heute leben Sie in Hamburg, sind gerade dabei, sich ein neues Leben aufzubauen. Äh, sprechen, wie ich finde, ähm, toll Deutsch. Dankeschön. Noch besser Englisch. Also, da will jemand was vom Leben. Äh, das finde ich gut. Wir schauen mal ganz kurz rein, 2015, ähm, gemeinsam mit Robin Alexander, was da politisch im Hintergrund passiert ist. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. 2015 wird dieser Satz der Kanzlerin zur historischen Schlagzeile der gesamten Flüchtlingskrise. Es ist die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg, die es zu bewältigen gilt. 1,5 Millionen Menschen fliehen vor Krieg und Not über die Türkei nach Europa. Unter ihnen die damals 17-jährige Yusra Mardini. Am 12. August flieht sie mit ihrer älteren Schwester Sarah vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Sie wollen über das Mittelmeer nach Deutschland. Die Balkanroute führt sie durch Griechenland und Ungarn, wo viele Flüchtlinge von Viktor Orbans Regierung gestoppt werden. Als die Lage zu eskalieren droht, erlaubt Merkel in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015 die Weiterreise nach Deutschland. So finden auch Yusra und ihre Schwester Zuflucht in Berlin. Weitreichend ist Merkels Entschluss gut eine Woche später, nämlich gegen eine Grenzschließung. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Während viele Deutsche die Flüchtlinge applaudierend willkommen heißen, gehen andere zur selben Zeit wütend auf die Straße. Merkels Willkommenskultur spaltet auch die Union und stellt die Große Koalition auf eine harte Bewährungsprobe. Ohne Grenzung der Zuwanderung werden wir als staatliche Gemeinschaft in Deutschland und Europa grandios scheitern. Merkel ringt um eine europäische Lösung, scheitert an Ländern wie Ungarn, die nicht bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Im März 2016 machen die Balkanstaaten die Flüchtlingsroute dicht. Weil die EU gleichzeitig kein Ende des Flüchtlingsstroms sieht, geht sie an den umstrittenen Deal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ein. Die Türkei soll für Europa Flüchtlinge aufnehmen. Im Gegenzug verspricht Brüssel Milliarden und die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsgesprächen. Kaum ein Asylsuchender kommt nun noch in Deutschland an. Die reale Politik hat sich von Merkels Credo der offenen Grenzen entkoppelt. Doch die Kanzlerin bleibt noch viele Monate bei ihrer Schlagzeile der Flüchtlingskrise. Und ich sage wieder und wieder, wir können das schaffen und wir schaffen das. So, Robin Alexander sitzt bei uns, der diese 189 Tage, glaube ich, so habe ich das im Kopf dieser Flüchtlingskrise, in diesem berühmten Buch, die Getriebenen, so präzise beschrieben hat. Und der sagt, eigentlich war dieser Satz, wir schaffen das, den ja vorher auch schon Sigmar Gabriel ausgesprochen hatte, ein Nullsatz. Wie meinen Sie das? Ja, wenn man sich anguckt, frühere Beußerungen von Frau Merkel, das hat sie eigentlich in jeder Krise gesagt. Also sie hat das zur Finanzkrise gesagt, sie hat das zur Eurokrise gesagt und das ist ja auch eigentlich naheliegend. Also wenn ein Politiker sagen würde, wir schaffen das nicht, könnte er ja dann nach Hause gehen. Und das Interessante ist, dass der Satz fiel in der Sommerkonferenz der Kanzlerin vor der gesamten Bundespresse und alle Auslandskorrespondenten, die Kollegin war auch da. Und es war nicht so, dass es dann 100 Nachfragen dazu gegeben hätte. Es gab überhaupt keine Nachfrage dazu. Und wenn man das rekonstruiert, damals ging es Merkel auch primär um was anderes. Sie hat nämlich einen anderen Satz gesagt, der war, deutsche Gründlichkeit ist prima, jetzt kommt es aber auf Flexibilität an. Weil sie wollte damals ein paar Gesetze ändern, dass man Flüchtlinge zum Beispiel unterbringen kann in alten amerikanischen Kasernen und solche Sachen. Also das ist ein klassischer Satz, der erst später mit Bedeutung aufgeladen wird. Und Merkel hat ihn ja erst verteidigt, aber dann nach verlorenen Landtagswahlen hat sie ja fast abgeschworen. Da hat sie dann in der CDU-Zentrale gesagt, der Satz ist zu einer Stanze geworden. Ich möchte ihn nicht wiederholen, weil sie gemerkt hat, dass er ihr schadet. Aber das hat nichts geholfen. Sie hat auch genervt reagiert. Ja, aber das war ja damals auch parteipolitisch für sie eine extreme Belastungssituation. Aber der Satz ist geblieben und der steht jetzt für das, worüber wir sprechen. 4. und 5. September haben wir gerade auch in dem Einspieler kurz gesehen. Das ist im Grunde der Tag, die Nacht der Grenzöffnung. Zumindest ist es so im Gedächtnis geblieben. Was war es tatsächlich? Das war ja diese Nacht, wo die syrischen Flüchtlinge, die in Budapest festsaßen, am Bahnhof damals, auf der Autobahn Richtung Österreich laufen. Das war das, was Jusser gerade beschrieben hat, dass manche zu Fuß sich auf den Weg gemacht haben. Und Viktor Orban, der sich zum Gegenspieler der Kanzlerin aufschwang, hat in Österreich angerufen, bei dem damaligen Bundeskanzler Faymann. Und hat gesagt, ihr habt mich immer kritisiert, wenn ich die Flüchtlinge weitergeleitet habe. Ihr habt mich immer kritisiert, wenn ich die Flüchtlinge mit Gewalt aufgehalten habe. Willst du die jetzt oder nicht? Und dieser Faymann hat versucht, Zeit zu gewinnen. Er hat erst gar nicht einen Anruf beantwortet von Orban, hat dann gesagt, ich rufe dich morgen zurück. Und dann hat Orban gesagt, wenn du jetzt nicht ans Telefon gehst, sage ich es der Presse. Und dann hat Faymann die Idee gehabt, Merkel reinzuziehen. Und dann hat Faymann bei Frau Merkel angerufen, nicht in Berlin, die war nämlich auf Wahlkampftour in Westdeutschland. Und hat gesagt, da gibt es diese Gruppe von ungarischen Flüchtlingen. Und man dachte damals, das sind vielleicht tausend. Und wollen wir die nicht nehmen? Die Israel lacht. Und wenn die Zuschauer sich vielleicht erinnern, das wurde ja gefilmt, dieser Marsch. Und das sah auch bedrohlich aus. Und tatsächlich wussten wir ja nicht, wie Orban die auch stoppen würde. Also da stand ja auch die Angst vor Gewalt im Raum. Und dann haben Merkel und Faymann gesagt, lass uns diese Gruppe Flüchtlinge nehmen und lass uns die aufteilen. Also Hälfte nach Deutschland, Hälfte nach Österreich. Und das war eigentlich dieser Gedanke in der Nacht. Da wurde noch im Auswärtigen Amt Juristen geweckt, ob das überhaupt möglich ist. Weil die ja aus einem sicheren Drittstaat sozusagen nach Deutschland gekommen sind. Also nach Schengen ging das eigentlich gar nicht. Und dann hat man diese Gruppe geholt, um halt diese Bedrohungssituation für die Menschen auf der Autobahn aufzulösen. Aber dadurch ist dann das geworden, was wir heute erinnern, dieses monatelange Treck durch den ganzen Balkan, wovon Sie auch gerade erzählt haben. Aber das war nicht geplant. Also es ist nicht in Berlin eine Entscheidung getroffen worden, wir machen ein halbes Jahr die Grenze auf und es kommen eine Million Leute. Sondern man dachte, wir helfen denen auf der Autobahn. Wie ging es dann weiter? Dann kam ja immer mehr, womit auch keiner gerechnet hatte. Dann gab es auch die Szenen, dass die deutsche Bevölkerung das richtig gut fand. Das wird heute oft vergessen. Das war eine Entscheidung in die Stimmungslage der Bevölkerung. Willkommenskultur. Also Leute sind zum Bahnhof gefahren, aber auch Leute haben sich in ihrer Kirchengemeinde gemeldet, kann ich was tun. Aber dann sah man, es kommen immer mehr. Und dann stellten sich natürlich Fragen, weil damals waren unsere Flüchtlingslager schon voll mit Menschen vom Balkan. Weil die Balkanrude, bevor die Syrer kamen, kamen Leute vom Balkan. Also überall mussten ja Bürgermeister plötzlich Platz schaffen. Und dann eine Woche später fiel in der Großen Koalition ein Beschluss, wir führen Grenzkontrollen ein. Weil normalerweise wird ja an der deutsch-österreichischen Grenze nicht kontrolliert. Und die Frage ist jetzt nur Grenzkontrollen oder Grenzkontrollen mit Zurückweisung. Das war damals die Gretchenfrage. Und die blieb offen. Und am nächsten Tag traf sich im Innenministerium eine Gruppe von führenden Beamten mit dem Minister, mit den Staatssekretären. Einige waren auch aus anderen Städten zugeschaltet. Der Innenminister heißt in dem Fall Thomas de Maizière, Innenminister. Führende Beamte heißt wer? Dieter Rohmann? Ja, das ist der Präsident der Bundespolizei. Aber auch, es gibt zum Beispiel im Innenministerium eine Abteilung Migration. Also die Fachleute. Die sitzen da alle zusammen. Und Staatssekretäre. Staatssekretäre, genau. Und die Bundespolizei hatte vorher schon Vorkehrungen getroffen für diese Grenzkontrollen. Was ja gar nicht banal ist, weil es gab ja damals keine Wachhäuschen oder so. Also man kann ja nicht einfach so mal so. Also die Bundespolizei hat diese Grenzkontrollen vorbereitet in dem Bewusstsein, wir machen auch Zurückweisungen. Da gab es auch einen Einsatzbefehl, der war fertig, der lag ausgedruckt auf dem Tisch. Und da stand explizit drin, Zurückweisungen auch im Falle eines Asylgesuches. Das heißt übersetzt, wenn da jemand kommt und sagt Asyl, dann weisen wir, was wir sonst nie machen, auch dann die Leute zurück. Genau. Und das Argument dafür wäre gewesen, dass man sagt, aus einem sicheren Drittstaat kann man bei uns kein Asyl beantragen. Aber in dieser Gruppe im Innenministerium ging dann die Debatte los, können wir das tun? Und die entzündete sich an zwei Punkten. Und einmal, ist es rechtlich überhaupt zulässig? Und da war dann die Frage, gilt deutsches Recht oder wird deutsches Recht von Europarecht in dem Fall überschrieben? Sehr kompliziert, gab es beide Meinungen am Tisch. Und das Zweite war die Frage, was passiert eigentlich, wenn die dann einfach auf die deutschen Polizisten losrennen? Und es wurde auch darüber gesprochen, welche Bilder entstehen da? Und diese Gruppe von führenden Beamten und Politikern war sich nicht einig. Und der Chef war ja de Maizière, der hat aber keine Entscheidung getroffen, sondern die Runde verlassen. Das heißt, dem kam ein Zweifel? Augenscheinlich. Und dann kam er wieder und hat aber nicht gesagt, macht es oder lasst es sein, sondern hat weiter Fragen gestellt. Und wir wissen, dass Thomas de Maizière auch mit der Kanzlerin damals telefoniert hat. Er ging dreimal raus und hat offensichtlich dreimal telefoniert. Weiß man, mit wem er telefoniert hat? Sie sagen, mit der Kanzlerin? Er hat auf jeden Fall mit Angela Merkel telefoniert und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er auch mit Sigmar Gabriel telefoniert hat, der ja damals der Vizekanzler und der führende Sozialdemokrat war. Und hat dann was entschieden? Und dann kam er wieder und die Runde war ja immer noch unschlüssig. Und dann hat er gesagt, wir machen die Grenzkontrollen, aber wir machen nicht die Zurückweisung. Aber der Befehl, der auf dem Tisch lag, enthielt ja die Zurückweisung. Das heißt, der musste nochmal umgeschrieben werden. Und zumindest die Bundespolizei war komplett überrascht, weil die hatten sich gedacht, sie fangen jetzt an mit Zurückweisung und mussten das dann nicht tun oder durften es nicht tun. Das heißt, da wurde ein kleiner Passus geändert. Ja, ein Satz. Ein Satz war entscheidend. Keine Zurückweisung im Falle eines Asylbegehrens. Das war der neue Satz. Was bedeutete das? Naja, also eigentlich hat doch die Republik darauf noch jahrelang herumgekaut. Auf diesem einen Satz? Ja, die Frage ist, wenn jemand kommt und er hat kein Visum für Deutschland, dann kann er ja eigentlich nicht rein. Und wenn er sagt, ich möchte Asyl beantragen, lässt man ihn dann rein? Oder sagt man, nee, beantrage halt Asyl in Österreich, wo du gerade stehst? Das war die Grundfrage. Und paradoxerweise ist dann um 18 Uhr Thomas de Maizière vor die Presse getreten und hat die Grenzkontrollen verkündet, hat aber diese Frage der Zurückweisung nicht thematisiert. Also weder positiv noch negativ. Was in der internationalen Presse erstmal zu der Annahme führte, die Deutschen fangen an zurückzuweisen. Weil die dachten, Grenzkontrollen so. Und es brauchte dann tatsächlich ein paar Stunden und sogar Tage, bis ich auch auf der Balkanroute rumgesprochen hatte, die Grenzkontrollen bedeuten nicht die Zurückweisung. Das heißt, es sind Grenzkontrollen aber, die wirkungslos sind, was das angeht. Naja, es wurden schon Leute rausgefischt, die zum Beispiel eine Vorstrafe hatten oder die gesucht waren. Wobei irgendwann auch nicht mehr, weil da nur noch durchgewunken wurde. Aber das war sozusagen der Kern der ganzen Sache. Und das ist eigentlich auch die entscheidendere Stunde der Flüchtlingskrise, weil diese Aktion, diese erste Gruppe aufnehmen, sowas kann ein Land machen. Das hat Deutschland öfter schon gemacht. 3000 Leute kriegen wir untergebracht. Aber erst als man sich entschieden hat, man lässt es laufen, dann hat es die Dimension erreicht, die dann das Land verändert hat. Und ein letzter interessanter Punkt in dem Zusammenhang. Sie sagen, dieses Narrativ, das existiert im Grunde bis heute. Das Narrativ, Merkel, die Regierungschefin, die für offene Grenzen steht. Aber in Wahrheit haben wir längst eine ganz andere Flüchtlingspolitik. In Wahrheit gab es da längst eine 180-Grad-Kehrtwende. Merkel steht für offene Grenzen in Deutschland. Aber sie hat ja damals auch nicht gesagt, das geht jetzt immer so weiter. Ihr Argument war, gebt mir Zeit, dann besorge ich eine europäische Lösung. Und erst war die Idee, diese europäische Lösung wird eine Verteilung von den Flüchtlingen überall. Damit ist man dann nicht durchgekommen. Und dann kam die Idee auf, dass man diesen Deal mit Erdogan macht, der sich auch materialisiert hat. Aber es ist fast ironisch, dass wir heute darüber sprechen. Am Dienstag gab es eine Unionsfraktionssitzung. Und da hat Merkel total enttäuscht gesagt, es gibt keine europäische Flüchtlingspolitik. Also das Versprechen einer europäischen Lösung hat sich nicht materialisiert. Im Gegenteil. Wir sind weiter davon entfernte Nähe eigentlich. Naja, was Sie gerade erzählt haben, was dieser griechische Grenzbeamte mit Ihnen gemacht hat. Dass der Ihnen sagt, fahr zurück in die Türkei. Das war damals noch nicht offizielle griechische Politik. Heute ist es das. Heute finden an der griechischen Grenze, das nennt man Pushbacks. Das ist krass gegen internationales Recht. Da werden Leute wirklich zurückgestoßen. Die Schulen in Griechenland, da gibt es eine ganz eindrucksvolle Recherche von der New York Times, werden wieder zurückgeschoben in türkische Gewässer. Da wird auch zum Teil auf Leute geschossen. Nicht jetzt mit scharfer Munition, aber da wird zum Teil auf Leute geschossen. Yusra, nur damit das nochmal klar wird zum Schluss. Sie beschreiben das auch in einem sehr gut zu lesenden Buch. Ich habe das mit großem Interesse gelesen. Es ist ein wirklich gutes Buch, dass die Leute oft das Gefühl haben, wir wollten ein bisschen Luxus, wir wollten ein besseres Leben. Aber die Wahrheit ist, sie wollten einfach nur leben tatsächlich. Was war das für eine Situation, vor der Sie damals in Damaskus geflohen sind? Was war das für ein Alltag? Wie muss man sich das vorstellen? Sie, Ihre Eltern, Ihre beiden Schwestern. War da noch Schule möglich? War da Schwimmunterricht, Training? Wie war das? Also ich will eine Sache so richtig klar sagen. Syrien ist echt schön. Wir haben ein normales Leben. Manche Leute fragen mich so, ich war das erste Jahr in Deutschland, hattest du schon mal ein Handy? Hattest du hier schon mal ein Fernseher? Wo wohnst du, wo hast du denn gewohnt? Bist du dann gewohnt? Ich so, normal, wie hier in Deutschland, ne? Und das enttäuscht mich echt, wenn jemand nicht weiß, wo Syrien ist. Ist das in Afrika? Ne, ist es nicht, es ist in Asien. Ja, also es gab alles in Syrien, ist immer noch so. Und es gibt noch Menschen, die normal leben. Aber zum Beispiel, unser Haus ist zerstört. Mein Vater ist nach Jordanien nach zwei Jahren Krieg wegen Arbeit gegangen. Ich musste mit 15 Jahren arbeiten, meine Schwester musste arbeiten, wir hatten eine kleine Schwester, meine Mutter musste auch arbeiten. Manchmal in Syrien gibt es kein Wasser vor drei Tagen, manchmal gibt es keine Elektrizität vor 16 Stunden. Und du hast nächsten Tag so einen Test in deiner Schule. Manchmal sitzt du in deiner Schule und es gibt einen Bomben und dann müssen alle irgendwie weg. Aber wo, wie, wir wissen nicht. Ich war einmal in der Pool auch, ich hatte Normaltraining. Im Schwimmbad, ja? Ja, im Schwimmbad, ich musste auch rennen und wir mussten uns verstecken und alles. Und das passiert nicht nur einmal in der Woche, sondern dreimal oder mehr. Und das konnte ich nicht mehr, meine Familie könnte nicht mehr das leisten, dass wir alle fünf Monate eine neue Wohnung suchen mussten. Also ich glaube, es ist nicht schön, auch ein Kind mit 15 schon arbeiten zu müssen. Ja, das ist das eine, aber es geht ja tatsächlich um eine lebensbedrohliche Situation. Also diese Granate, von der Sie da gerade erzählen, in dem Schwimmbad, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, die schlägt ein. Plötzlich ist ein Loch in dieser Schwimmbad-Halle und auf dem Poolgrund liegt plötzlich so ein silbernes, metallisches Ding. Und das Ding explodiert nur deswegen nicht, weil es eben in dieses Wasser reinfällt, schlicht und ergreifend. Das heißt, ein normales, sicheres Leben ist da im Grunde nicht mehr möglich. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und wir sind hier von Sicherheit, nicht vor Luxusleben. Also auch wenn man als Flüchtlinge herkommt, okay, und er arbeitet dafür, warum ist das schlimm? Ich verstehe das nicht. Also okay, wenn jemand sagt, okay, Yisra ist immer noch im Jobcenter nach vier Jahren oder fünf Jahren, kann ich verstehen. Okay, das finde ich nicht gut. Aber ich bin nach einem Jahr nicht mehr im Jobcenter, ich arbeite alleine, ich kriege mein Geld alleine. Was machen Sie, wenn ich fragen darf? Also ich habe jetzt mein Buch raus, eine Hollywood-Movie kommt raus, ich bin Professional Schwimmer, also Leistungsschwimmerin. Ich rede so halten, Motivational Speaking. Okay, Sie hatten Vorträge, ja? Genau, und das ist sozusagen meine Arbeit. Ich erzähle meine Geschichte. Ohne selbstständig sozusagen. Genau, und warum ist das schlimm? Entschuldigung, da hinten sehen wir Sie mit Barack Obama, ja? Ja. Ja, genau. Trifft auch nicht jeder. Was war besser, der Papst oder Barack Obama? Papst. Der Papst? Ja. Guck. Interessant. Sorry, aber ja.